Hallo alles zusammen! In diesem Video lernen wir den Unterschied zwischen kein und nicht. Wann oder mit was benutzen wir die beide? Und jetzt geht's los! Die allgemeinen Regeln sind Wir nutzen kein mit den Nomen und man benutzt nicht mit den Verben, mit den Adjektiven und mit den Adverbien. Beginnen wir mit kein. Es verneint oder negiert die Nomen und das sind alle Wörter, die Artikel haben. Beispiele Das ist kein Spaß. Ich habe kein Regal. Das ist keine Liebe. Das sind keine Stifte. Oder er hat keine Stifte. Als wir gesehen haben, der Spaß, das Regal, die Liebe und die Stifte sind Nomen. Und sie haben Artikel. Aus diesem Grund verneinen wir oder negieren wir mit kein. Jetzt nicht. Es verneint folgendes. Die Verben, die Adjektive und die Adverbien. Beispielsätze mit den Verben. Schläfst du gerade? Ich schlafe nicht. Willst du essen? Ich will nicht essen. Und hier, schlafen und essen sind Verben. Und man verneint die Verben mit nicht. Andere Beispiele mit den Adjektiven. Schmeckt dir das Essen? Das Essen schmeckt nicht gut. Ist der Pullover teuer? Der Pullover ist nicht teuer. Und hier, gut und teuer sind Adjektive. Und man negiert die Adjektive mit nicht. Das letzte Beispiel mit den Adverbien. Gehen wir heute ins Kino? Nein, nicht heute, sondern morgen. Und hier, heute ist ein Adverb. Und man verneint die Adverbien mit nicht. Andere Beispiele. Ist das ein Stift? Das ist kein Stift, aber das ist ein Kuli. Und hier, der Stift ist ein Nomen. Und man verneint die Nomen mit kein. Haben Sie einen Bruder, eine Schwester, Geschwister? Ich habe keinen Bruder, keine Schwester, keine Geschwister. Auch hier, der Bruder, die Schwester und die Geschwister sind Nomen. Aus diesem Grund verneinen wir die Nomen mit kein. Gehen wir weiter. Ist sein Auto alt? Nein, sein Auto ist nicht alt. Hier, alt ist ein Adjektiv. Und man verneint die Adjektive mit nicht. Letztes Beispiel. Fährt er mit dem Auto? Nein, er fährt nicht mit dem Auto. Aber sein Sohn. Auch hier, fährt ist ein Verb. Und wir verneinen oder negieren die Verben mit nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Unterstützung und abonniert hier auf den Kanal für mehrere Videos. Tschüss. 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 Tschüss.